Okay Leute, recht herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Rebirth. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Oh Gott, okay jetzt. Wo genau haben wir jetzt aufgehört? Wo genau geht es jetzt weiter? Der Knopf funktioniert glaube ich nicht, ne? War glaube ich das Problem an der Geschichte. Error. Ach ja, genau. Ja, 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 genau. Das müssen wir wegballern. Achso. Schön. Das kann ich werfen. Es ist die Frage, ob das da wirklich was bringt. Äh. Äh. Oh, ist das scheiße. Oh. Okay. Ach, da war der Knopf, okay. Oh, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf den Abschnitt. Na gut, äh. Ich bin mir mal ganz unvoreingenommen, ne? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wo ist Barrett? Barrett kann zaubern. Aber er ist auch schwarz. Jetzt lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Ähm. Weiter geht's. Lalalala. 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 Ähm. Wir haben wieder Kisten. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Boah. Man ist halt so langsam, ne? Das ist halt so ein bisschen anstrengend. Äh. Ich gehe einfach mal weiter erst mal. What else can I do? Kämpfen zum Beispiel. Und direkt erst mal wechseln. Mal kurz gutes Gameplay haben hier. Bam, 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 bam. Brrrr. Zack, zack, hier. Bam, 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 bam. Sieht ab. Brrrr. 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 So. Ah! Och nee, muss ich auch noch alleine besiegen hier. Ich weiß auch gar nicht wie das geht. Entschuldigung. Hm, aufsteigen. Achso. Wenn er erstmal da ist, kann ich gar nicht mehr meinen nächtigen Dreiecksangriff machen. Ist schon ein bisschen doof. Na gut. Ähhhhhhhhh. Ähhhhhhhhh. Wirf eine Schilderfahrt jetzt gegen das Ventil oberhalb des Generators. Okay, habe ich prinzipiell verstanden. Hm, 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 hm. Ah. Ja. Das habe ich mir so fast gedacht, dass das eine Sache ist, aber kann ich erstmal... Achso, nee, warte mal doch. Ich hole mir den erstmal her hier und mache da erstmal eins nach dem anderen, ne? Hä? Wo gehst du hin? Moment, was? Achso. Das ist das Problem an der Geschichte. Ahhhh. Okay, da sind so... Kissen drauf. Kissen. Mh, hm, 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 hm. Da, di, da, di, da. Ja, ich würde gern loslassen. Danke. Lalalalalalalalalala. Lalalalalala. Lalalala. 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 Bla bla bla. La di di da. Ähm, ja. Kriege ich das jetzt runter? Das wäre so meine nächste Frage, at this point. Ich habe ne Idee. Einfach so lange rauf, bis eine unten landet. Genau. Hm, 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 hm. Wirf, hä? Du kannst ihn nicht werfen? Achso, ich muss also, ich muss einmal... Äh, was? Wieso? Wie? Okay. Ich wollte mir gerade schon beschweren, dass die Kiste weg ist. Aber also doch nicht. Habe ich nichts gesagt. Boah, ist das anstrengend. Eigentlich. Hm. Danke. Das Sicherheitssystem ist wieder in Betrieb und die Tür wurde entriegelt. Äh. Ja. Hallo Kisten. Äh. Ich hoffe, ich brauche die alle. Man muss jetzt ganz viele Knöpfe drücken. So 85 Knöpfe jetzt drücken. Das wäre so ein Träumchen für mich. Dunkelmaus. Ich habe die auch alle nicht, ne? Jetzt soll ich doch gleich mal irgendwo andere Löse reinpacken. Ich habe so ein bisschen keine Lust. Aber am Ende bereue ich es ja wieder, wenn ich sie nicht analysiere. Ach komm, mach doch mal eben. Ach, ich muss mir noch eine Fertigkeit einsetzen. Ach. Äh. Schal des Kreuzes. Möge ich mir mal Schal des Kreuzes und gebe ihm hier einfach dieses komische Ding ins Kirchen. Genau hier. Ist ja ätzend, Mann. Oh Mann. Warum bin ich klein, schneller als groß? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Das ergibt doch alles keinen Sinn mehr. Na. Oh Mannchen. So. Einmal für die Datenbank. Was muss ich lernen hier? Wahrscheinlich. Ja, Moki gerade. War klar. Oh, das sind die, das sind diese lustigen, ähm, ja, genau, die lustigen Gegner hier. Die lustigen Kürbisköpfe aus der Schindra Villa. Die ist im Moinat, die ich glaube ich nur da gab. Was sind das hier überhaupt? Der Moinat festet einen wuchtigen Faust, die erhöht den Schadensmultiplikator bei Gegnern im Schockzustand. Ah, okay. Okay. Ihr wisst, was das bedeutet, ne? Das ist eine Verbindung mit Tiefer. Hm. Was haben wir denn hier Schönes? Barriere. Wie oft haben wir jetzt schon Barriere gefunden? Lächerlich, sage ich euch. Hm, 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 hm. Klappt wahrscheinlich wieder nicht. Error detected in Power Generator. Lockdown Protocol. Engaged. Insufficient Marco. Administer Accelerator to Red Generator. Äh, wirft den Marco Accelerator auf die sich bewegende Transporteinheit. Äh, also so'n Ding hier. Würde meistens Sinn ergeben, sage ich mal. Äh. 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 Boah, nee, ey. Ich hab, ich, ja, ich, ich hab's verstanden. Boah, ist nervig, holy macaroni. Oh. Alles dauert zu lang. Alles ist nervig. Das ist doch alles. Mustert sein, frage ich euch. Wird doch wieder nix, oder? Boah, Spiel! Oh, Mann. Ja, ich komm noch nicht näher ran, hier. Hier vielleicht. Oder kann ich hier runter? Ach, ich kann hier auch runter. Nee, kann ich nicht. Oh. Oh, oh, oh. Ja, wohl, ich kann ihn auch an anderer, also ja. Ich muss ihn schon an anderer Stelle reinwerfen. Aber muss halt. Okay, präventiv schießen. Okay. Modell-Levels increasing. Additional accelerants required to meet operational standard. Alter. Noch mehr davon, klar. Wisst ihr, was so ein ganz großes Problem von Final Fantasy 7 Rebirth ist? Dieses Spiel weiß einfach nicht, wann genug ist. Ich hasse Spiele, die einfach nicht wissen, wann genug ist. Wirklich so dieses, du hast irgendwas, irgendein Gameplay-Element oder irgendwie sowas, was so am Anfang gleich noch ganz nett ist, so für die Abwechslung, aber dann übertreiben das Spiel so komplett. Ich meine, das hier finde ich jetzt so, so auch inneren einfach nicht angenehm zu spielen. Das ist jetzt einfach nicht gut. Macht keinen Spaß. Das ist so die eine Sache, die Nintendo zum Beispiel einfach immer perfektioniert. Oder was heißt immer, aber... Ne? So, irgendein geiles Gameplay-Element wird dann halt genutzt. Und bevor es dann irgendwie langweilig oder nervig wird, kommt dann was anderes. Boah, kannst du da einfach mal drin landen, du Kackteil? Warum geht denn das jetzt wieder nicht mehr? Das hat doch eben funktioniert. Oh! Ja, genau, das wollte ich tun. Okay, das Ding ist noch heile. Ich verstehe nicht, warum der... Die Wurf-Scheiße hier jetzt so komisch ist. Geht doch. Boah, wie hier noch ein dritter, ey. Schreich. Danke. Danke. Oh, kurz mal wieder besseres Gameplay haben. Ja, warte mal. Irgendwas dabei, was ich noch nicht hab. Oh, okay. Bam, 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 bam. Ja, wobei ich sollte trotzdem mit... Ihm mal ein bisschen arbeiten. Ja, toll. Dann möchte ich die Scheiße lernen. Wer muss eigentlich noch was lernen? Ähm, Cloud. Ja, das ist doof. Hm. Das ist ja auch doof. Ich hab Hunger. Ich habe Hunger. Es ist 10 Uhr abends, sollte man vielleicht erwähnen. Das Problem ist, ich kann mir nichts machen. Weißt du ja, warum? Ich hab nichts mehr. Ich hab literally nichts mehr zu essen. Ähm, also was heißt nichts mehr? Ich hab natürlich noch keine Aufstriche. Oder ich hab kein Brot mehr. Keine Brötchen. Alles, alle. Ich hab... Okay, ich könnte mir Müsi so ein bisschen machen, vielleicht. Zur Not. Aber Müsi schmeckt nach Kotze. Hab ich keinen Bock drauf. Ich geh morgen früh erst einkaufen. Das heißt, ja. Alles ein bisschen anstrengend. Aber gut, äh. Babidi-Bubidi haben wir noch nicht. Schön. Babidi-Bubidi. Ich sag, ich muss wirklich bis morgen früh aushalten. Morgen Mittag, ja. Hm, hm. Geht's nämlich immer vorm Frühstück zum Sport. Hab ich mal so geändert. Und irgendwie hab ich das Gefühl, dass das ein bisschen angenehmer ist. Dann bin ich so ein bisschen motivierter, zum Sport zu gehen, weil ich danach mit geheimem Essen belohnen werde. Äh, ja. Mockeri gerade. Jetzt ist es cool, hier nochmal zu schocken. Ja, oder so. Nimm ich natürlich auch gerne. Weil ich denke mal, jetzt kriege ich auch eine, ähm, ein Dingsbonus hier. Zack, genau. Der Kriegheitsbonus. Alter. Ich hab gern gesehen, wie viel Prozente das nochmal dazu bringt, um ehrlich zu sein, aber... Ähm, war nicht irgendwie auch geschockt? Aber wohl nicht, ne? Oh, ich hab ein KZ-Limit. Schade. Schön werden die Wesen, sag ich euch. Schön werden die Wesen, doch. Na ja. Naja. Wenn ich immer die Sachen, äh, reduziert, ist es einfach random oder ist es so, das, was man so am meisten benutzt? Bei Megatrack benutze ich ja schon am meisten, würde ich sagen, von allen Items und Phoenixfeder, so am zweitmeisten wahrscheinlich. Genau, die sind's, wenn dann immer die reduziert sind. Ich weiß es nicht so genau, wie das Spiel funktioniert. 1700 Gil. 1700 ist eine Zahl. Ich weiß nicht, ob ihr's wusstet. Aber so ist das. Es ist ein Wesen, das ist ein Wesen, der Schöne ist auf der Stärkunde. Oh, das ist ein Wesen. Das ist ein Wesen, der Schöne ist ein Wesen. Das ist ein Wesen, der Schöne ist ein Wesen. Bitte starte ein Wesen. Insofern zu diesem, das Schöne ist ein Wesen, woanders nach unten. Na ja, nichts anderes anderes. Ich bin zurück in die Erdacht. Ich bin sicher, dass du okay bist? Was ist das? Ich werde in und weg bevor du kennst. Du hast nicht zu viel Spaß ohne mich! Das ist eine andere Story. Wähle einen Schacht aus, durch den du passst und klettere nach oben. Das Spiel nervt mich gerade unheimlich. Jetzt so sassy geleuchtet, aber das ist einfach nur ne fucking Lampe. Ich hab hier ja nicht mal irgendwelche Kisten wirklich, oder? Kann ich... Ah, da ist der Button dafür, okay. Das haben wir nicht gemeint dafür, oder? Da muss ich es nicht raufwerfen. Doch. Äh... Äh, hä? Der blaue Schacht ist nun passiert. Wo? Hä? Deine Wand, oder wat? Da komm ich doch nicht hin! Ich versteh gerade gar nicht, was das Spiel von mir will. Äh... Hä? Ach, da unten! Äh... 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 Da! Okay! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Dunkelmasse! Dunkelmaus! Hatten wir es schon! Wusch, 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 wusch! Ja, Moment. Das ist perfekt eigentlich, weil ich möchte jetzt, wie gesagt, na, wer weiß, wir werden wahrscheinlich killen wieder, ne? Ach, ist schon gelernt. Ich habe gar nicht aufgepasst. Ich würde gerne die Prozente sehen, die das bringt, aber, ne, wir erfahren es leider nicht. Naja, umso besser eigentlich, ne? Da würde ich es nicht mehr anwenden müssen. Trockenäther, aha. Was soll mal das wieder sein mag? Hallo, Kisten. Ne, ich wollte die jetzt eigentlich nicht kaputt machen. Ich brauche die wahrscheinlich noch. Wahrscheinlich. Vielleicht, eventuell. Aha. Ähm, kam ich jetzt von da, oder? Oder von da. Ich habe es jetzt wieder. Ne, da geht es nach unten. Da geht es nach oben. So habe ich das jetzt mal interpretiert. Au. Knapp daneben. Ist auch vorbei. Das war voll daneben, aber es hat funktioniert. Alles klar. Okay, dritt ist OG. Oh, dich kenne ich auch noch, Yudikator. Ja, ja. Die sind auch so Shinra-Villa-Gegner. Brauchst mal dumm, hier nochmal analysieren sollen. Oh, das nervt so, dass man halt mit Kreis absteigt, ne? Ich will doch einfach nur dodgen. Dummes Spiel. This one's the showstopper. Halt doch die Fresse. Ähm, ich bin ein Flansmenge schockanfällig. Äh, durch physische Attacken herbeigefügt wurde, wird der Richter gegen diese Immun. Aha, warum war ich? Ich glaube immer weiter rauf, okay? Pass schon. Äh, ich verstehe, okay. Habe ich eigentlich irgendeine Form von Magie? Nein, natürlich nicht. Keine Ahnung, Digga. Ja, keiner weiß, was passiert. Mein, mein Kubo ist tot. Mein Kubo. Zwei Highs, weiß ich nicht. Bin gleich tot. Bin ich zu blöd für das Spiel? Nein, ich bin nicht zu blöd für das Spiel, ich bin zu blöd für Kate Sith. Ich weiß nicht, weil jeder Charakter auch so einzelne Challenges noch hat. In der, ähm... In der, ähm... Im Kinder-Semulator. Oh, das sind aber einige Prozente tatsächlich. Äh, äh, ja. Ding, ding. Ich stürfe einfach. Oh mein Gott, war das knapp. Jesus, Alter. Oh, ich kann das alles nicht mehr. Diese Mission nervt mich gerade wirklich unfassbar. Also, holy macaroni. Die Folge geht erst 23 Minuten. Ich hab das Gefühl, ich laufe jetzt schon eine Stunde auf und ab. Haaah! Hm. Ich kann versuchen, von hier oben das Ding zu treffen. Aber da kann ich anscheinend noch weiter nach oben. Hm. Fünftes OG jetzt schon? Ne, viertes, okay. Ah, von hier kann ich, glaube ich, das Ding gut treffen, tatsächlich. Stärke Magie. Okay. Das ist auch interessant. Ich kann mir vorstellen, was es bedeutet. Hm, 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 hm. Was ist das denn für Krankenbetten? Naja, okay, irgendwie scheint hier doch nichts zu sein. Ja, dann wäre mein Tipp jetzt. Also, ne, im Sinne von. Ja, einfach. Dann wäre jetzt mein Tipp, dass ich tatsächlich da unten das Ding treffen muss von hier. Was denn da in der Wand überhaupt? Sehr geehrt. Äh, damit ich dann den roten Gang nach oben kann. Aber, ich weiß nicht, ob ich von hier wirklich das treffen kann. Ja, doch. Ja, doch, okay. Äh, irgendwie. Ja, doch, sehr schön. Joom. Buff. Juhu. Jetzt auch nicht nach oben. Materiallager. 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 Äh, ja. Oh, nee. Oh. Zwei von denen. Äh, ich habe Vitra. Ich habe sogar Vitra. Insek. Oh, gar nicht so schlecht. Was ich hier noch nicht habe, ist den Skill, die zu killen. Das ist hier das Problem an der ganzen Geschichte. Einfach nur die ganze Zeit drei Experten, bis sie tot sind. Ich glaube, es funktioniert ja nicht. Oh, Mann. Oh, okay. Das mag ich überhaupt nicht. Also, es ist wirklich so, ich finde, der macht keinen Spaß zu spielen, so, in meiner Art und Weise, wie ich halt gerne spiele, so. Ich habe ja auch keine Ahnung, also, das ist jetzt nicht so, dass ich das, äh, nicht Ahnung hätte. Sobald schockanfällig ist, einfach Feierabend, so, ne? Ist halt irgendwie schon scheiße. Hm. Kurz und kurz Nase jucken. Wirkungslos. Ja. Ja, genau, Jungs. Es fehlt nochmal. Hallo? Okay, ich hasse, ich hasse alles hier dran. Oh, nee. Oh, Gott. Moment, was ist denn? Blitz. Ich kann ja eigentlich mal Blitz ausrüsten. Demo, Papa. Ach, komm, mach ich auch. Äh, ja. Wenn ich sie verschleinert, muss ich, soweit ich sie physisch kaputt gemacht habe, muss ich sie halt dann mit Magie angreifen. Ja. Stinkt halt zum Himmel so, aber sonst geht's mir gut. Hi, mit Automagie ist auch grad fucking useless so. Also, schmeiß das mal raus. Äh, Blitz. Und jetzt haben wir noch irgendwie ein gutes Blitz. Ja, passt schon. Falsch. Ich brauche echt nicht viele Äther, ne? Schon lächerlich. Ne, benutze ich das jetzt nicht. Boff. So, gucken wir mal, ob ich jetzt irgendwas reißen kann. Ich tippe auf nein. Ich hab wieder, das ist komische, der gute Blitz. Äh. Okay, bringt ja auch nicht so viel. Dann verstehe ich einfach nur nicht, was sie sollen. Wenn der schockanfällige Zustand durch physische Attacken herbeigeführt wurde, wird der Richter gegen diese Immun. Wurde, wurde er gegen die Magie angreifen, wird er gegen diese Immun. Ja. Warum war er dann auch wieder gegen Blitz-Immun? Hallo! Fehlen doch mal ne Eier, Alter. Was ist das denn? Ich hasse alles einfach nur noch. Das macht keinen Spaß. Oh, ist das ein dummer Kampf. Oh, mein Gott. Ja. Aha. Bringt's auf einmal doch was. Ach. Toll. Ganz toller Abschnitt im Spiel, wirklich. Ganz hervorragend gedacht. Wirklich. Ganz, ganz toll. Halt's mal, ich will den Game Over Screen gar nicht erst sehen. Okay. Es ist wirklich bisher der absolute Tiefpunkt des Spiels. Äh. Oh, Alter. Macht das keinen Spaß. Ist das eine Scheiße. Oh, Gott. Wie der Beides noch auf Level 1 ist, Alter. Neue Taktik, Leute. Let's fucking go. Naja, so neu ist sie nicht. Hä? Ach, ähm. Ja, ich hab... Materia vertauscht. Oh, nicht Elementar-Affinität. Sondern... Amplifikation wollte ich haben. Von Cloud-Clown. Äh, ne, von ihr Clown, genau. Was so was, weil sie eigentlich sogar halb im Team ist und gleich wieder ich umswitchen muss. Ja. Da werde ich gleich ganz wütend, ey. So, gut. Jetzt kann ich mich so angreifen hier. Zack, zack, zack. Balababam, bam, bam, bam. Schon klüger, glaube ich, wie ich das mache. Ähm. Hä? Ich bin verarschen. Ich hab' doch beide mit Blitzgrade schockanfällig gemacht. Das ist doch auch schon wieder ein Witz jetzt irgendwie. Ich verstehe diesen Gegner schon wieder so hardcore nicht, ne? Meine Güte, du kommst halt nicht klar. Alter, was ist das für ein Dem... Was... Was ist denn das schon wieder, Mann? Oh, Kates, das ist so scheiße. Der macht so keinen Spaß, dieser Charakter. So, ich verstehe ihn halt einfach nicht. Ist mir aber doch scheißegal, so. Aber ich muss ihn halt gerade spielen. Boah, das ist dumm. Oh, absoluter Tiefpunkt bisher. Holy shit, macht das keinen Spaß. Warte, das juckt ja nicht. Guck mal, ich greife ihn dann an, aber... Guck mal, jetzt geht's tatsächlich. Aus irgendeinem Grund. Eben hat das jetzt wieder absolut kein Damage gemacht, so. Weil wieder gegen alles wirkungslos war. Hör doch auf, dein komisches Megafon rauszuholen. Was ist denn dein scheiß Problem? Du sollst einfach nur ganz normal reinprügeln. Das ist halt das Geheimnis, so. Und nicht irgendwie komisch hier schießen. Weil das scheint ja wieder wirkungslos zu sein. Ich verstehe das nicht. Wirklich. Ich verstehe es absolut nicht. Alter, und dann macht das so fucking viel Damage. Ja, keine Ahnung, was sie hier wieder saufen, so. Du, jetzt einfach so lange Dreieck. Was anderes kann ich ja scheinbar nicht machen. Habe ich irgendwas, was einfach mal... Einfach mal reinhaut, so. Wie wär's da... Nein! Das ist halt wieder verdrückt, ey. Wo ist mein... Wo ist er hin? Hä? War so lange gedauert. The fuck? Alter, warum zwiebelt das denn so? Muss ich nicht verstehen, ne? Alter! Wie viel Damage macht ihr denn? Was? Warum denn? Geh mir nur... Hä? Ich verstehe diesen Kampf nicht. Ich verstehe diese Gegner nicht. Alter, ist das eine Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich verstehe es halt auch immer nicht. Ich verstehe auch... Ich verstehe Angriffe von Kate Swift nicht. Jetzt prügt er rein und manchmal holt er sein Megafon raus. Die scheinbar Elementarangriff sind. Jetzt macht er das. Hä? Raff ich nicht, ehrlich. Weißt du, so im Prinzip ist es ja super einfach. So einfach jetzt reinprügeln, bis es halt vorbei ist. Aber auf dem Weg, ja, verrecke ich halt irgendwann immer einfach so fett. Weil die dann irgendwann so übertrieben viel Damage machen. Ja, und das bringt nichts, mein Freund. Du sollst einfach nur reinkloppen. Wie ein normaler Mensch. Nicht ein komisches Megafon. Das ist halt ein Problem, so. Oder halt dieser Angriff, der einfach so unverhältnismäßig viel Damage macht. Oh, Elixier, ey. Vielleicht sterbe ich jetzt eh wieder bei dem Versuch. Vielleicht will ich ihn jetzt eigentlich gar nicht schockanfällig machen damit. Wo, wo, wie, du würdest jetzt nicht schockanfällig gemacht? Ist denn das schon wieder? Warum machst du jetzt wieder die komischen Kackdinger da? Das kann doch echt nicht euer verfickter Ernst sein. Äh, ja, okay. Habe ich verstanden. Keine Ahnung, was ist passiert. Ja, ihr kriegt kein Damage, basically. Ja, doch. Ich will sagen das wieder, dass er basically kein... Alter, Leute. Was hat denn das für eine Reichweite? Danke, fucking schön, ey. So, jetzt hier der komische, äh, hier, das da. Und er ist hoffentlich tot. Alter, was für ein dämlicher Kampf. Holy shit. Boah, wehe, die kommen nochmal, ey. Dann streike ich aber... Dann streike ich aber... Hm. 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 Right then. A few boxes ought to do the trick. Now, let's see. Natürlich. Gameplay macht Spaß von Final Fantasy. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich muss ruhig ein paar mehr droppen. in meinen Passieren Dinge. So, haben wir jetzt. Danke. Ich war mir kurz nicht sicher. So, ja, okay. Jetzt ist nämlich leichter, wo jetzt die Einzelteile hier liegen. So, ich hab in Physik aufgepasst. Hm. Döp, 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 döp. Döp, döp, döp. Oh, nein. Na toll, Yin und Yang. Oh, das ist auch wieder ein komischer Gimmick, Gegner wie eben. Ich will nicht mehr, wenn Yin oder Yang stirbt, wird der jeweils andere, Parchang und Welle, Yin und Raden vor Wut. Klingt simpel, tatsächlich. Ich hab kein Feuer. Kannst du mich mal spielen? Kannst mir mal die Eier knutschen, weißt du das eigentlich? Ja toll, Elementaraffinität kann ich gar nicht reinmachen. Ist das dumm, ey. Kannst du jetzt nicht die Waffe ändern, aber... Ah, joach. Tö, 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 tö. Tö, 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 tö. Äh. Noch Feuer hier drin, ne? Ja. Ich muss mir nochmal den ganzen Scheiß gegeben, ne? So, Übert springen. Wahrscheinlich mehrere Male, weil ich noch ganz häufig sterben werde. Ich weiß ganz genau, wie das Spiel funktioniert. Also angeblich war das seine Schwäche, aber jetzt nicht mehr scheinbar. Bei Schwäche wird auch angezeigt, wenn er nicht analysiert ist, oder? Bin ich eigentlich der Meinung. Cool, ich bin jetzt ganz dauernd damit beschäftigt, mich nur noch zu heilen. Ich liebe dieses Spiel. Wenn ich jetzt eine andere Schwäche vielleicht... Dann weiß ich es nicht. Ist mir auch egal. Ja, ne? Ich liebe es, jetzt für solch eine Scheiße meine ganzen Elixiere zu verschwenden. Das ist toll, ne? Das ist, das ist Gameplay. Okay, ähm... Äh... Mock die gerade. Alter. Wir haben basically gar kein Damage gemacht. Oh mein Gott, ey. Ja. Seht doch mal was anderes. Jetzt soll ich ein bisschen aus der Entfernung lieber kämpfen. Beim nächsten Mal... Schock gibt es im Grunde ein Limit in die Fresse. Das ist schon mal ein bisschen was wert. Das ist schon mal ein bisschen was wert. Das war kein Erfolg scheinbar. Ja, das war echt gut. Die Energie wieder auf. War kein Erfolg scheinbar. So, der ist dann auch weg. Natürlich durch. ich glaube ich finde das gar nicht so scheiße eigentlich wenn das so schockanfällig bitte bitte spiel ist so grenzdebil also was ist denn das für ein reudiges kapitel ich habe keinen spaß mehr warum spiel ja du musst mir nicht jedes mal die hässliche animation zeigen ehrlich ja irgendwie ist nur der eine feuer anfällig pech manchmal aber mir fucking egal mach du dinge noch mehr kann ich nicht verlangen ich bin super dass du deinem ding hängst und ich nicht treffen kann hoppala das wollte ich gar nicht also wenn es schockanfällig ist renne ich einfach ganz schnell ganz weit weg von dem das lektion die ich gelernt habe hau 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 ja ist okay Okay, komm, seid geschockt. Gibt's nicht irgendeinen, der auch wirklich... Was ist das Glück? Ein... Okay, machen wir das. Achso, absteigen. Ja, toll. Ja, hallo, du sollst schon explodieren. Dann halt nicht. Okay. Whatever. Habe ich wieder nicht verstanden. Ich verstehe Kate's Tiff einfach nicht. Der ist mir zu... Irgendwie luckabhängig, dieser Gegner. Und zu, keine Ahnung, weird. Ah, da hab ich mal wieder einen schönen... Schön zünden, schön, schönes Elixier nehmen, ne? Da kommt Freude auf. Habe ich mal wieder ein bisschen was tun können, so. Game over, pal. Machen wir irgendwas, da gibt es wieder was cooles. Oh. Feuer und Blitz. Achja, ich muss ja jetzt wegrennen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du Fickser! Aber er ist tot. Okay, ich verstehe nicht so ganz, warum ich das jetzt überlebt habe. Weil Mokri noch da war. Es ist besser, wenn ich ein Rad schiebe. Also dann, weiter und weiter? Was? Hätte ich wahrscheinlich als Accessoire mal dieses eine Ding ausgerüstet, was mich quasi einmal wiederbelebt. Aber halt dann zerbricht, weil dafür wäre es ja dann klug gewesen. Ich habe keine Ahnung, was das gerade wieder war. Aber gut, Leute. Oh, wir haben schon 50 Minuten. Wollte ich eben erst mal 45? Naja. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und hoffentlich. Ich bitte Gott, lass uns bei diesem Abschnitt hier beenden. Ne, ich kann nicht mehr. Tschüss. Tschüss.